Herzlich willkommen bei SG Watches. Heute stellen wir Ihnen eine Uhr von einer unserer Hausmarken vor, Union Glashütte. Es geht um den Speedstar Chronograph. Diese ist nur eine von vielen Uhren und unserem breitreichenden Sortiment an Luxusuhren, Schmuck und Sonnenbrillen. Um das ganze Sortiment zu betrachten, kommen Sie in unser Ladengeschäft vorbei, in der Hagenstraße 29 in Oldenburg, Niedersachsen oder auf unserem Online-Shop, sg-watches.shop. Wir kaufen zudem auch Uhren an. Sollten Sie eine Uhr zu verkaufen haben, dann füllen Sie gerne das Online-Formular auf der Internetseite aus oder kommen Sie auch einfach ins Ladengeschäft vorbei. Wir verkaufen nur authentische und zertifizierte Luxusuhren, die alle von unserem Uhrmacher geprüft sind. Um keine weiteren Videos mehr zu verpassen, abonnieren Sie diesen Kanal und folgen Sie uns auch auf Instagram. In diesem Sinne viel Spaß mit dem Review der Union Glashütte Speedstar Chronograph. Heute präsentieren wir Ihnen ein ganz besonderes Modell. Den Glashütte Union Belisar Chronograph Speedstar D 009 42711 05209. Diese Uhr vereint modernste Technik und ein sportlich-klassisches Design, inspiriert von der Automobilgeschichte der 70er Jahre. Mit nur 388 Exemplaren weltweit ist diese Uhr eine echte Rarität. Lassen Sie uns die Details dieser exklusiven Uhr genauer betrachten. Die Belisar Chronograph Speedstar ist ein Blickfang, vor allem durch ihr markantes Electric Blue Zifferblatt, das von einem legendären 70er Jahre Fahrzeug inspiriert wurde. Der spezielle Blauton auf dem Zifferblatt fängt das Flair dieser Zeit perfekt ein und verleiht der Uhr einen unverwechselbaren Look. Das Zifferblatt wird durch schwarze Totalisatoren im Panda-Stil ergänzt, die an den schwarzen Kühlergrill des Autos erinnern und einen auffälligen Kontrast zum leuchtenden Blau des Zifferblatts bieten. Diese Kombination aus Farben und Form macht die Uhr einzigartig und absolut zeitgemäß. Mit einem Durchmesser von 44 mm und einer Dicke von 15 mm hat das Gehäuse eine kraftvolle Präsenz am Handgelenk, ohne übermäßig wuchtig zu wirken. Das Edelstahlgehäuse besteht aus hochwertigem 316 Elum Edelstahl, das für seine Langlebigkeit und Korrosionsbeständigkeit bekannt ist. Das Gehäuse wird durch ein beidseitig entspiegeltes Saphirglas geschützt, das Reflexionen minimiert und eine kristallklare Sicht auf das Zifferblatt ermöglicht, egal aus welchem Blickwinkel. Ein weiteres Highlight der Uhr ist der verschraubte Saphirglasboden, der es dem Träger erlaubt, auf das präzise Uhrwerk zu werfen. Dies ist nicht nur eine optische Freude für Uhrensammler, sondern auch ein Zeichen der Qualität und Handwerkskunst, die in jede Union-Glashütte-Uhr fließt. Das Electric Blue Zifferblatt ist zweifellos das auffälligste Merkmal dieser Uhr. Es erinnert nicht nur an die dynamischen Designs der 70er Jahre, sondern bietet auch eine exzellente Ablesbarkeit. Die arabischen Ziffern und die klaren schwarzen Totalisatoren heben sich stark vom Hintergrund ab, was die Lesbarkeit verbessert und der Uhr eine sportliche, aber gleichzeitig elegante Ausstrahlung verleiht. Die Schienen Minuterie und die Retro-Pilzdrücker verleihen der Uhr einen klassischen Touch und unterstreichen die Verbindung zur Automobilgeschichte. Diese feinen Details machen die Uhr zu einem modern-klassischen Meisterwerk, das die Vergangenheit mit der Gegenwart perfekt verbindet. Uhrwerk und Präzision Im Inneren der Uhr schlägt das präzise Automatikwerk UNG 27S1, ein speziell entwickeltes Werk von Union Glashütte. Dieses Werk ist mit einer Siliziumspirale ausgestattet, die eine außergewöhnliche Präzision und Widerstandsfähigkeit gegenüber magnetischen Einflüssen bietet. Dies bedeutet, dass die Uhr auch in anspruchsvollen Umgebungen präzise bleibt und weniger anfällig für äußere Störungen ist. Die Gangreserve von mindestens 65 Stunden sorgt dafür, dass die Uhr auch nach mehreren Tagen ohne Tragen weiterhin zuverlässig läuft. Diese lange Gangreserve macht sie besonders praktisch für diejenigen, die ihre Uhr regelmäßig wechseln, aber dennoch stets eine präzise Zeitmessung erwarten. Zusätzlich bietet der Chronograph eine Datumsanzeige, die harmonisch in das Zifferblatt integriert ist und somit die Funktionalität der Uhr weiter erhöht. Die 29 Lagersteine und der Durchmesser des Uhrwerks von 30 mm sorgen für eine reibungslose und langlebige Leistung. Die Glashütte Union Chronograph Speedster wird mit einem hochwertigen 13.6L Edelstahlarmband geliefert, das nicht nur extrem robust, sondern auch sehr komfortabel ist. Das Band ist mit einem Schnellwechsel-Federsteg-System ausgestattet, was bedeutet, dass es mühelos durch ein weiteres Band ausgetauscht werden kann. Diese Vielseitigkeit ermöglicht es dem Träger, die Uhr je nach Anlass oder Vorliebe anzupassen. Das Armband verfügt über eine Doppelfallschließe mit zwei Drückern, die für einen sicheren Halt sorgt. Diese Art der Schließe garantiert, dass die Uhr auch bei sportlichen Aktivitäten fest am Handgelenk bleibt. Die Belisa Chronograph Speedster ist nicht nur stilvoll, sondern auch extrem funktional. Mit einer Wasserdichtigkeit von bis zu 10 Bar, 100 Meter, ist sie perfekt geeignet für den täglichen Gebrauch und sportliche Aktivitäten, einschließlich Schwimmen. Ob im Alltag oder bei intensiven sportlichen Herausforderungen, diese Uhr bleibt zuverlässig und präzise. Ein weiteres Highlight dieser Uhr ist ihre Limitierung. Es werden nur 388 Exemplare weltweit produziert, was sie zu einem echten Sammlerstück macht. Diese Limitierung ist ein Zeichen für die Exklusivität und den besonderen Charakter der Uhr. Jeder, der diese Uhr trägt, wird sich ihrer Einzigartigkeit bewusst sein. Ein Meisterwerk, das Stil, Präzision und Funktionalität perfekt vereint. Mit ihrem markanten Electric Blue Zifferblatt, dem präzisen Automatikwerk und der Limitierung auf nur 388 Exemplare, ist sie eine Uhr, die nicht nur in Sachen Design, sondern auch technisch auf höchstem Niveau überzeugt. Wenn sie auf der Suche nach einer Uhr sind, die sportliche Eleganz mit modernster Technik vereint, dann ist die Belisa Chronograph Speedster die perfekte Wahl. Sie ist nicht nur ein zuverlässiger Begleiter, sondern auch ein Statement am Handgelenk. Vielen lieben Dank, dass Sie sich das Video der Union Glashütte Speedster Chronograph bis zum Ende angeschaut haben. Alle weiteren Informationen zur Uhr finden Sie in der Videobeschreibung und kommentieren Sie mir gerne, wie Sie das Blau im Zifferblatt der Speedster Chronograph finden. Wir von SG Watches sind nicht nur offizielle Fachhändler von Union Glashütte, sondern auch anderen Marken wie Two-Teamer, Sinn oder Corum. Sollten Sie Interesse haben, eine Uhr zu kaufen, dann gehen Sie auf unseren Online-Shop sg-watches.shop. Dort warten über 500 einzigartige und zertifizierte Luxusuhren auf Sie. Planen Sie, eine Uhr zu verkaufen? Kein Problem über unser Online-Formular auf sg-watches.de oder vor Ort im Ladengeschäft in der Haarenstraße 29 in Oldenburg, Niedersachsen. Nun, wenn Sie keine weiteren Videos mehr verpassen möchten, dann abonnieren Sie diesen Kanal und folgen Sie uns auf Instagram. In diesem Sinne, vielen lieben Dank und bis zum nächsten Mal. Euer Alex vom SG Watches Team.